So, dann schnell Granatenwerfer holen und dann geht's zurück. Fällt mir ein, ich wollte doch eigentlich vor 20 Minuten schnaufe haben. Lager der Vergessene. Ich sollte auf jeden Fall gleich mal ne Pause machen, ich hab übelst Hunger. Hast du denn Bock ne Folge One Piece oder Naruto zu gucken? Wenn der Computer sowieso arbeitet, zum Rendern. So, wo muss ich lang für den anderen Shop? Der hier war ja gleich... Achso, Lokale. Ach, gleich hier vorne rechts. Schön. Toll, hätte ich eben hergehen sollen, bevor ich rein bin. Die sagen aber auch überhaupt nichts, wenn ich irgendwas kaufe. So, Granatenwerfer, Reichweiten suche. Zeig dir eine Vorschau der Flugbahn an. Das ist natürlich geil. Oh, ich kann's sogar kaufen. Schön. Schade, dafür reicht's jetzt aber nicht mehr. Ich verstaue ihn in deinem Munitionsspind. So. Das Sturmgewehr lass ich mal drinnen und anstelle der Armenbrust nehm ich jetzt mal den Granatenwerfer mit. So, wo war jetzt diese Waffenkammer? Rechts ist nur dieses Kabinett, hätte ich beinahe gesagt. Das Gewächshaus. Ich weiß jetzt echt nicht, wo diese Waffenkammer hier gewesen sein soll. Ah, ich denke nicht, dass da jetzt noch diese eine Waffe liegt, die ich vorhin nicht aufgesammelt habe. Ne, dann geh ich lieber zurück und mach weiter. Das höchste Kopfgeld. Also bisher habe ich für die Quests immer so 2.000 bis 5.000 bekommen, glaube ich. Das höchste Kopfgeld jetzt irgendwas so um die 10.000 ist. Wär ja cool. Kann ich mir ein paar Granatenplatz kaufen, Zusatz Munition. Oder ein paar Upgrades, die ich sowieso nicht so benutze. Weil ich das Jagdgewehr zum Beispiel ja noch gar nicht, wenn ich einmal benutzt habe. Auch diese andere Pistole, äh, NG. Pulsgewehr. Vielmehr ehrlich ist das gar nicht so. Und ich stelle euch mal auf Scan ein. Ich benutze euch ja sowieso fast nie. So, wie schießt du? Okay, er explodiert sofort beim... Aufkommen. Schon mal gut zu wissen. Und ich kann relativ schnell hintereinander schießen. Auf jeden Fall schneller als bei der Walküre. So, wenn du all das jetzt dahin gehst. Ich habe immer noch diesen einen Nebenquest-Markierung von Dias Cave da. Das könnte ich bei Gelegenheit auch mal machen. Ich musste bestimmt irgendwann sowieso durch das Gebiet. Dass ich da aber auch keinen Schnellreisepunkt habe. Vor allem unten links in dem Gebiet war ich da scheinbar auch schon. Ich muss doch da irgendwie hingekommen sein. Das kann nicht richtig sein. Hier brennt sie. Wie soll die hoch? Oh shit. Ich habe doch nicht das Maschinen gewimmelt. Hartnäckige kleine Mistviecher. In der Osten sind wir. Hallo? Ich bin sogar richtig. Ich bin sogar richtig. Ich drücke einfach mal. Mal sehen, was das gebracht hat. Kommt jetzt der Krebs? Ah, und? Ah, und? Ah, und? Nur, scheinbar. Ich komme nicht durch. Ich kann den scheinbar auch nicht. Na dann, Meshkampf scheinbar. Mal sehen, was das ist vorhin. Kaffee Sagt bloß, ich muss jetzt rausgehen, währenddessen der Mesh den hochhält Ich glaube nicht, dass das gerade was bringt Ich kann aber auch nicht einsteigen Ist das hier überhaupt nicht? Ist das hier überhaupt nicht? Ich glaube, es ist nicht die richtige Waffe dafür. Einmal noch nicht rein. Ein paar Schaden habe ich gemacht, so wie es aussieht. Ich glaube, es ist ein paar Schaden, so wie es aussieht. Das war's für heute. Au! Lass schnell rein da. Wollte gerade aber auf Patool nicht ansteigen. Achtung! Oh, ich komme wieder da ran. Ich glaube, ich habe ihn noch bei. Ich glaube, ich habe ihn noch bei. Ich glaube, ich habe ihn noch bei. So ist es brav, Jim. Diesen Tragegeist werden wir damit los. 20 Gamma Squad, der König ist tot. Königskörper getötet. Irgendwie wusste ich, dass du dir das Kopfgeld für ihn sichern würdest. Ich lasse es Braddock wissen. Hey, La Roche. Der hat dich erledigt? Der konnte doch nichts. Du willst einen Preis? C'est tout le roi. Hörst du? Die sind immer noch hinter uns her. Hätte ich wissen sollen. Stopp. Stopp. Mach dir keine Sorgen. Red einfach weiter. Du hast damit angefangen, also erzählt zu Ende. Ja, okay.